20.000 Einwohner, 29 Dörfer, 5 Gewerbegebiete, weitere in Planung, 1.500 Firmen, 6.500 Arbeitnehmer, 400 Azubis, 4 Grundschulen und eine Gesamtschule, 200 Vereine für Kultur, Sport und Freizeit. Gesund, erfolgreich, selbstbewusst, innovativ, lebendig, kreativ und vor allen Dingen liebenswert, das sind Mitten im wunderschönen Naturpark Sauerland-Rothaar-Gebirge, im Kreis Olpe gelegen, verbinden uns die Autobahnen A4 und A45 mit dem Rest der Welt. Weltweit agierende Unternehmen aus vielen Branchen sind in den fünf ausgewiesenen Gewerbegebieten in Wenden ansässig. Und profitieren von der perfekten Verkehrsanbindung. Unsere Wirtschaft wächst, dank der zukunftsorientierten Wirtschaftsförderung des Wenden-A-Rates und der Gemeindeverwaltung. Das heißt, Arbeitsplätze und Vollbeschäftigung, hervorragende Karrierechancen und tolle Ausbildungsplätze. Dazu duale Studiengänge, kurze Wege zur Uni Siegen und ein vielfältig aufgestellter Einzelhandel. Außerdem eine deutlich bessere Zuwachsrate bei der Einwohnerzahl, sowie ein jüngeres Durchschnittsalter als im Landesdurchschnitt von NRW. Unseren jungen Familien bieten wir attraktives Bauland zu günstigen Konditionen. Bei uns in Wenden wird der Traum vom Eigenheim real. Wir wohnen im Grünen, arbeiten und lernen in unmittelbarer Nachbarschaft und sind schnell in den Zentren Köln, Dortmund oder Frankfurt, in Olpe oder Siegen. Das gibt es nur bei uns. Schwimmen, Reiten oder Golfen? Leichtathletik, Fußballspielen, Wandern, Biken, Radfahren, Fliegen, Motorradfahren oder Wintersport? Unser Freizeitangebot ist höchst abwechslungsreich. Pferdesport ist bei uns seit Generationen ein beliebtes Freizeitvergnügen. Viele Höfe haben sich darauf spezialisiert. Leben und Spaß haben in Wenden, dort, wo andere Urlaub machen. Bei uns können Sie sich in über 200 Vereinen verwirklichen und Attraktionen erleben. Die Wendner Kirmes, oder wie wir sagen, die Wentsche Kermetze, ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Ebenso wie der dazugehörige traditionelle Krammarkt mit über 400 Händlern. Die Tierschau und das Kirmesfeuerwerk sind legendär und dürfen auf keinen Fall verpasst werden. Ein Besuch in unserer Gemeinde und dem Wendner Land ist immer etwas Besonderes. Eine tolle Landschaft, attraktive Dörfer, ungewöhnliche Geschäfte, schöne Gasthöfe und Hotels. Massage und Wellness, regionale und internationale kulinarische Leckerbissen, shoppen nach Lust und Laune. In unserem Museum Wendner Hütte erleben Sie hautnah den Ursprung der heimischen Industrie. Ausflüge im Wendner Land, wo die Bigge entspringt und eine der schönsten Talsperren Deutschlands speist, bleiben unvergesslich. Touristische Leuchttürme wie die Atta-Höhle, das Elsbe-Festival, der Panoramapark vor Fann oder Winterberg sind in greifbarer Nähe. Ihnen liegt das Sauerland zu Füßen. Wir freuen uns auf Sie!